Willkommen und hallo zurück zu Let's Play Eshows of Zero 2. Jetzt habe ich mal ganz kurz den Namen vergessen. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht so schlimm. Genau, eine Zigarette. Brokkoli, den habe ich schon gesehen. Lollipop, der war hier oben irgendwo, genau. Eine Taschenlampe war, glaube ich, Leiter. Also, das da. Eine Bär, eine Banane. Das war Korn. Ne, das war ein Ei. Korn ist entweder ein Getränk oder ein Maiskorn. Oh, ja. Oder eben... So, jetzt brauche ich nur noch eine Taschenlampe oder ein Feuerzeug. Feuerzeug war es, genau. Autoschlüssel. Murmeln gibt es auch noch. Und ein weiteres Bild. Hier kann man jetzt sonst nichts mehr machen, oder? So, da kann man so schön Thutnails machen zwischendurch. Wir haben einen Autoschlüssel. Entschuldigung, aber das muss manchmal zwischendurch auch mal sein. Was macht unser Autoschlüssel, bitte schön? Ist aber ein cooler Wagen. Was brauchen wir davon jetzt? Vier von neun Bildern. Wir haben eine SIM-Karte, oder? Ja, versenden die eine SIM-Karte. Drei von vier. Puzzles, eine CD, ein Kindermalbuch. Kann man das usen? Ne, ne? Kann man hier noch irgendwas machen? Nein. Okay. Die Noten haben wir noch nicht gefunden. Ah. Sieh mal einer an. Die sind natürlich verrostet. Wir haben auch noch... Was ist das? Fällt mir jetzt erst auf, dass der Adler da unten mit seinem Kopf hoch und runter geht und das Auge anfängt zu funkeln. Nicht schlecht. Ah. Aha. Der ist sehr schwer, der Teppich, klar. Können wir es vielleicht benutzen? Nein. Okay. Ja, gut. Da fehlt was. Da mischt es sich langsam wieder. Oh, Mann. Hä? Ach. Das schiebt sich ein bisschen doof. So, das stimmt. Da muss man echt sehr langsam agieren, sonst kommt es nicht mehr hinterher. Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern und ein ziemlich großer Spaß werden. Haben wir noch die Hälfte der Zeit übrig, also... Oh, das ist nervig. Okay, das war da schon mal richtig. Ich mach das einfach einmal außenrum. Gut, ist auf Dauer schon... Eher unschön. Eher unschön. Ich schätze jetzt einfach mal. Oh, noch eins weiter und noch eins, noch eins, noch eins weiter und noch eins. Okay, könnte gehen. Oh, ich glaube, das Fenster noch offen. Einen Moment. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Okay. Ahem. Gut, also wir werden nicht alles zu hundertprozentig jetzt unbedingt lösen. Oh, ladestation. Ach so, oh Mann. Okay. Nochmal. Okay. Also irgendwas klebt an der Maus. Habe ich zumindest das Gefühl. Handglocke. Endlich. Das sticht schon so raus. Mit ein bisschen Mümmelbilderfahrung kann man sich denken, was gemeint ist. Wie ich gerade echt gut zeige. Ein Korken. Ah, da tarnt er sich. Ein Herz. Ich hoffe nur eine Herzform. Gut. Herz, Herz, Herz. Nee, ein richtiges Herz. Ah. Ah. Aha, 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 aha. Nee, 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 nee. Es war oben. Nee, 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 nee. Natürlich schmeiß es weg. Brauchen wir ja nicht mehr, ne. Cool, ein Skateboard. Ohne Hammer, klar Nimm doch irgendwas mit Den Schläger zum Beispiel Gut Jetzt brauchen wir die Decke von drin, natürlich Kann ich mir aber schon denken Wie das läuft Ach, das ist ein anderer Raum Das ist gar nicht der Ach so Das ist gar nicht der